Die neuen zwölf Hotelattacken zu Bresel. Attacken auf Freien, aber auch Attacken auf Eiswärter. Bresel, die die Belgische Herbstadt, wie auch eine europäische Herbstadt, ein Städt, mit der wir ganz persönlich verbunden sind. Ich wünsche dem belgischen Premier eine Solidarität und ein Hilf, auch eine Freiheit, eine Lege bleibt, Götz. Nun, der Mäu indirekt hier ist, Mesuren geholt an Präsenz von der Sicherheitsautoritäten auf den Hartverkehrspunkten verschärkt, also für alle Umfindung im Vergleich. Schönen auch den GCT, den Grupp der Koordination in der Lüttung gegen den Terrorismus zusammengerufen, die nicht auch ganz nahe Kontakt mit ihren Homologen aus der Belgischen und aus dem März von der GCT werden mit euch genug zusammen für eine Chance an eine Evaluation von der Menassen zu Lützeburg zu merken. Für mich ist es wichtig, zu einer Stärke, dass die Menassen zu Lützeburg nicht anlücken. Wir haben zu diesem Moment keine Information, die irgendein Lied mit Lützeburg verweisen. Wir haben auch keine Indikation, und wir haben auch ein konkretes Gefluss für Lützeburg. Lützeburg, so wie alle anderen Länder, als er nicht an der Briefe von einer Rattache, mit getaubt, kein Ursachen für Milchbeunrufung, wie gestorben zu haben. Daktoren von Niveau 3 sind, aber auch an der Lecht, und kann ein neues Stimmen geben. Wir haben auch ihre Präsenz an Sicherheitsmesuren unter anderem auf vier Institutionen und von sensiblen zu Lützeburg verkehren. Wir sind in Kontakt mit der Präsident, und wenn sie auf die Schöpfung auf die Joy-Meetings-Office stattfanden, dann finden wir also in Kontakt mit Zerbundum für die Planeten, wir haben auch eine konkrete Welt für eine Fluchtlinigkeit auf den Kampen zu Lützeburg und Land. Ich bin für die Mütten, Ministerin Bausch, Braatz, Kersch und Schneider, zusammen mit der Staatssekretärin Fransin Klosner, an dem Herrn Weimen, den Kommissär, der auch der Gruppe vom GCT und der GST-Förer zu beherrscht, zusammengehofft. Als mir heute der Analyste und in einem Marktgedeelkritt und als Präkursziel nun aber auch vom GCT dann auch die Idee auf dem Niveau 2 vom Plan Vision nicht zu bleiben. Am Kader aber von dem Niveau 2 werden allerdings verschiedene Mesuren verschärft. Ob den Punkt sensiblen werden die Sicherheitsmesuren verstärkt, die Präsenz für die Polizei und Land, aber auch von der Polizei und Land sind auch an Blut gesetzt worden. Grenzen sind der Belgisch die Gemeinde stärker kontrolliert. Die GCT können regelmäßig zusammen und auch permanenten Kontakt mit den Autoritäten und auch mit der Kreis. Ich habe auch den Produk und Telefon und mir heute entschieden, abhauen den Abend sechs Uhr für drei Tage auch als fändigen Uphalifmaß zu setzen per Respekt vis-à-vis von unseren Bändischen Norden. Schon bei den letzten Antikationen verstärkten Anforsamente wie sie da hat diesen Oblomis erklärt, dass die Runde die Mängde für Polizeipräsenz auch mehr stärker sind die Dette Fall verdrücken. Die Enquete die Dette verpreisen wird ich kann nur keine Mehr merken zwischen der Reis ation vielleicht auch an Niveau die attacke an Loh die belgische Autoritäten werden von unserer Welt mehr Informationen tun die Makt die noch permanente Kontakt auf Niveau von den Servicen Rast auch auch Niveau Politik wobei die Minister wird den Handigeschall für verschiedene Autoritäten einzeln kontaktiert gesehen diese wirklich auch permanente Kontakt auch mit Matheisen Oper für Informationen auch zu kriegen die sind auch schön die wollen wir sind keine Insel dafür dass man Prekursionen holen wir müssen die Mäseure am 2 die durch sind verstärken mehr es gibt keine Indikation dass noch ein 28 Nitzeprück geplant wird oder Indikation dass dann die Richtung die Fuh und dann die Mache springen dass die Gruppe alles proposiert hat an den Stufe 3 zu bleiben auch auch an 2 A4 für Liar zu machen zwischen den Mengen und den Mann und sie nicht die Richtig sind für die Fahre zu machen das ist das ist und die Auch im Aussen-Minister kein Nouvell-Kritt, dass Lutzbeuer aufhörter und auch kein Blesser hat, wie er schon auch von Jean-Polschunker telefoniert den direkt vis-à-vis Amber Lehmann-Ass. Und deshalb war er noch nicht gut, aber er hat auch gesagt, dass die Kommission, das ist schon einfach in der Türe. Wir sehen uns im Moment auch kein Lutzbeuer. Ich will das einfach mal kurz informieren, die neue Kommission von Kinnange in der Türe, die wir in der Tatjüge noch nicht befreut haben, weil ich meine Frau direkt voran, an der Kuh zu machen von der Führung der Kontrolle Nukleärs, die wir heute haben, an der Fall ist, von dem Personal, das ich gesagt habe, der Personal braucht, Die Procedure des Procedures des Antiterroristes Die Procedure engagée ist in der Routine. Das ist eine Präcaution, die die konkrete Indikation des Kultmaeus-Belches bezeichnet, die die Kultmaeus-Belche dort auf der Zentrale. Das ist das Thema, dass wir uns hierher auch viel mehr zu tun haben. Was ist das für die Aufmerksamkeit? Wir haben auch so eine Entfangenung, die aus der Welt gekommen ist, dass die Leute sich nicht auf die Presse deklarieren. Dafür müssen wir auch die Warnung gehen, dass sie nicht auf die Presse gehen sollen, dass sie nicht auf die Presse gehen sollen, dass sie nicht auf die Presse gehen sollen. Wir haben uns auch hoher von den Dispositionen, die die Situation am besten kennen, mit der Autorität. Und wenn die Autorität die Löwe machen, dann haben wir uns doch die Messerchen, die mir durchgehen. Wenn die Autorität aber froh, dass sie sich nicht so ein striktes Minimum beklassieren, dann geben wir auch einzelne Ressortissons, die zu bringen sind, wirklich zu bekommen und sich in welchen Rekommandationen zu haben. Wir werden in der Wiesbühne eine Prozedur legislativ. Da habe ich dann aufgeschlossen, ich bin Texte auf die Presse. Und ich hoffe, dass Sie sehen, wie möglich können. Wenn die Stimmen, die in einer Welt schon gemacht wird, die letzten Wochen erneut, dann ist auch der Problem von den Perpositionen ein Faktor bewegt, dass sie nicht kommt. Verschiede Plätze erhangen. Träster von den Mengen, allen dort opten, wo Träster von der Allgemeinheit aufhängen. An die Texte sind nicht libertisierte Texte, wie sie Texte für Sicherheit von der Allgemeinheit können zu garantieren. An die Repositionstexte, die Texte für eine Mäseure speziale, die können vorgehen, am Kader von Enquete, an Materie der Terrorismus sind wichtig. Und ich hoffe, dass sie so sehr gemäßlich auch von der Schammerkennung kommen. Ich bin froh doch nicht, dass so ein spezielles Präsidium auf dem Museum kommt. Ich habe beim Staatsrot nachdenken ja nur froh, wie das den Text so sehr gemäßlich analysiert wird. Mit Informationen sehen wir, dass das nicht lange dauert, bis der Text auch die finale Präsidium-Legislative auch fährt. Ich bin froh, dass Sie hierher kommen.